Ich habe für die FC Zürich entschieden, denn ich finde, das ist schon ein großer Verein in Schützerland und ich kann mich hier gut entwickeln. Ich finde hier super, alle Leute sind nett, freundlich und ich finde, ich bin hier so gewohnt fühlen. Meine Strecke sind definitiv Geschwindigkeit und Tore zu schießen und ich bin immer so Spieler, so Teamspieler und ich will, ja, jedes Spiel gewinnen. Ich habe schon gesagt, dass jedes Spiel das gewinnen wir und ja, dass nächste Saison spielen wir in der Europa League und das probieren wir, diese Top-3-Tretze erreichen in Schützerland. Ja, das ist mein Job und ohne Tore ist auch so schwer für einen Schumann. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.